Für ihn zählt nur der Titel. Zinedine Zidane will das Jahr 2016 mit dem Sieg bei der Club-WM in Japan vergolden. Im Halbfinale treffen die Königlichen auf den mexikanischen Club Amerika. Mehr als der Gegner machen in Madrilenen noch immer die Reisestrapazen zu schaffen. Wir sind noch müde und kämpfen mit dem Jetlag, aber das ist normal. Wir werden jetzt locker trainieren und viel ausruhen und dann machen wir uns an die Arbeit. Bereits vor zwei Jahren konnte Real Madrid zum bisher einzigen Mal die Club-WM gewinnen. Für Spieler wie Ronaldo, Kroos und Bale ein Titel nicht so wichtig wie die Champions League. Aber er würde gerade für Ronaldo ein grandioses Sportjahr abrunden.